Musik So Leute, wir sind jetzt in einem ehemaligen Scheibenproduktionsbetrieb. Musik Man sieht da jetzt nicht relativ wenig. Es sind einige Sachen gelagert, aber der Betrieb ist eingestellt von dieser Firma. Und ich hatte ja vorher schon gesehen, ich habe schon ein bisschen gefilmt, das sind einfach leere Hallen. Der Martin ist gerade da oben jetzt und schaut, ob es da was zu sehen gibt. Im Prinzip, es ist nur gewaltig mächtiges Knacksen und Gnaden allen Ecken und Enden. Aber für sich gibt es jetzt da nicht mehr viel zu sehen. Es ist da auch alles leer. Und da wurden eben Scheiben, das war ein Scheibenproduktionsbetrieb. Militärischer Bereich. Jetzt schauen wir auch auf, ob es da was zu sehen gibt. Das ist schon spooky irgendwie, wenn es überall so Gnaden knackst. Das ist die Büroetage. Und da auch der schöne Boden. Gibt es da noch was zu sehen? Alles leer. Wir schauen trotzdem rein. Ja, das definitiv waren die Büros. Ja, die hatten schön den Überblick über die Produktion da unten. Da haben sie sich eine Landkarte hergehängt. Ein Sessel steht noch da, ein alter. Gut, das ist jetzt glaube ich noch nicht so lange her, dass diese Produktion eingestellt wurde. Ja, da ist noch ein Schreibtisch. Wieder ein paar Chemikalien, Löschmittelzusatz. Ja, ansonsten. Kühlschrank steht noch da, ein alter Bauknecht. Kühlschrank, der so leer ist. Da ist noch ein bisschen ein Schaltzentral. Oh ja, da blinkt noch was. So, jetzt sind wir da wieder runter. Wir waren da gerade oben in diesem Büro. Das war das für die Scheiben oder wie? Die sind da durchgefahren. Krass. Was haben wir da? Da kommst du einfach nur in die andere Halle rüber. Ah, kleine Garderobe vom Ossi und von Max. Da liegt auch irgendwas oben. Ah, okay, kleine Halle. Eine Halle mit dem Spiegel. Da ist auch noch ein kleiner Schreibtisch. Wahrscheinlich der Vorarbeiter. Da liegt noch was drin. Gesperrt auch. So, der Martin hat sogar noch Scheiben gefunden. Da sind auch noch Scheiben. Krass. Die Reste, ne? Und ist eine Firma. Total arg. Irgendwie. Da liegt auch nur da. Jede Menge Grüllampen. Neu. Ja. Und wieder einmal. Steht alles da, so ob es erst abgeholt wird noch. Und aber niemand holt dieses Glas mehr ab. Das ist wirklich, diese Glaschein ist ja auch gar nicht so billig, ne? Ja. Hier auch, ne? Wie viele das sind, oder? Unglaublich. Und die stehen da, als würden sie warten. Und keiner holt's. Tja. Da ist staubfrei drin. Ja. Da sind die Folien geleckt. Das sind die Witscher. Ah, okay. Da muss man einen Haube aufsetzen, wäre das Zeichen für das Haube gewesen. Okay. Ah, sie glauben dann. Na ja. Wir schauen einmal nach vor. Vielleicht kommen wir in den Empfangsbereich. Hier seht ihr das. Das ist eben diese Räume, wo es staubfrei sein musste. Das war das Büro quasi. Tja. Wir sind gerade ein bisschen nervös. Und man hat auch immer einen Klopfen hören oben. Immer mal vorsichtig raus. Ja, wo ist die? Und jetzt. Wenn ich mich immer wieder rauskriege zusammen natürlich, ich habe einen Kropp oben gesehen. Und dann erstmal auch noch leid, ich habe es die Haube gesehen. Und wenn ich, was draufkrieg die Böden auf dem Liedern, dann bin ich noch nicht mehr so gut gemacht. Derki noch nicht mehr so gut ist. Und dann bin ich in das Schloss. Und dann bin ich noch nicht mehr so gut gemacht. Und ich komme mit einem Klauen. Und dann bin ich dann auf dem Klauen. Und dann bin ich noch nicht mehr so gut. Und dann bin ich jetzt mal hin. Die Bratsch ist dünn. Oh, okay. Wir haben auch geblieben. Das ist die Sohn, glaube ich, was die heute aus. Toilettenanlagen. Wer ist da? Krass, Leute. Jetzt können wir wieder lauter reden. Wir waren alle ein bisschen unter Strom jetzt. Da bringt nämlich voll das Licht am WC. Schaut euch das an. Da brennt voll das Licht. Aber es war da schon ewig keiner mehr im Klo. Das sieht man da. Aber da war schon lange keiner mehr im Klo. Hier schaut ihr das Klo an, ja. Leute, da brennt voll noch das Licht. Da war eine Art Umkleide. Dann darf ich jetzt nicht so weit hinfilmen. Wir haben Datenschutz. Oh, und da auch. Das war jetzt Spannung. Ihr kennt das nicht, wenn das alles ruhig ist. Und man knackst oder hört man Wasser rinnen oder so. Da wird dann gleich ganz komisch. Leute, da stehen noch Schuhe. Da sind noch Schuhe. Arbeitsschuhe. Und ein Duschbad. Krass, oder? Krass, oder? Aber es ist leer. Da tut sich ein bisschen an. Da kommst du raus. Uah. Leute, das ist ja auch Spooky. Da braucht man auch das Licht. Da sind die Duschen. Da sind die Sanitianlagen. Das ist das. Oh, der Martin macht mich fertig. Der hat mich da gerade am Knopf gedrückt. Und da ging Alarm los. Und jetzt möchte ich ins Grab bringen. Alter. Jetzt hab ich glaub, da geht da Alarm los. Ich zeig mich noch schnell, wie ich los. Leute, der mich reißt am ganzen Körper. Ich glaub, mir geht da jetzt raus. Ich krieg schon alle Zustände. Das ist so viel Schiffflaschen. Martin hat mich schon eingejagt. Jetzt voll Gas. Boah, so wie ein Herzinfark riecht. Ich fragte Leute. Mit dem Spind hängen Bilder. Mit meinem Namen drauf. Oder ist er jetzt nicht so gängig? Krass. Ich bin aufgeschockt. Ich weiß nicht, ob wir das. Ich bin aufgeschockt. 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 Da gehen wir vorbei, weil so Leute, das haben wir vorhin gesehen, der Martin hat das Licht abgedreht, hat es auch noch eine Toilette drungen, genau, und diese Räume sind leer. Gut, dann gehen wir wieder raus. So friert, also das Gebäude ist mein Name egal, ist auch nicht schade. Wir sind da jetzt live unter Beinen. Warte, Zimmer, in der oberen Etage, da kommt so ein komisches Geräusch. Jetzt wissen wir, dass Geräusch herkommt, da vom Stromkasten. Das macht ja komisches Geräusch. Da bringt mir das Sicherung durch, hm? Ja, das tun sie so. Oh, die Schülle. Los, bleib die Schülle Tasche. Okay, danke. Okay, danke. Oh, schau. Wow, da sieht man das Gebäude im Hotel. Im Maßstab 1 zu 200. Probe, wa? Da riecht es nämlich nach Rau, jetzt sind wir ein bisschen vorsichtig. So, Leute. Ist alles noch eingeräumt. Wow. So, Leute. Ist alles noch eingeräumt. Da, Bücher, Arbeitsgesetzbücher, Schiffe da schreiben. Hey. Schau mal. Ich weiß nicht, was das ist, was da liegt. Schick. Okay. Da auch jede Menge Unterlagen von dieser Firma noch. Unglaublich, ne? Aufsperren und absperren. Da sind auch die Schalosien in die Fenster. Also wenn ich heute ein bisschen komisch rede, ich bin da echt gerade ein bisschen unter Strom. Da stehen noch Tomaten. Jede Menge Trinkzeug. Ja. Die Jauser. Da ist definitiv irgendjemand zugange. Wow, Tresor. Wow. Krass. Martin? Ach. Der ist schon wieder am Klo. Dass mich aus dem Herzinfarkt kriegt. Hey, Leute. Eine kleine Küche. Das ist ja krass. Alles noch eingerichtet. Zwei Platten. Teller. Alles da, ne? Geschirrspüler. Nicht schlecht. Küche drin. Die uralten Kotterni. Die sind ja vom Jahre Schnee, oder? Ja. Basilikum. Ah, ich kann das nicht lesen. 91. Ist der abgelaufen. Krass. Was krass. So, da sind Toilettanlagen. Der Martin war gerade am Klo. Nein, ich bin großartig. Achso. Ist da jetzt rausgekommen? Ja. Die Plätschern haben wir es ja vorher gehört. Ja. Schiffetage. Sekretariat war doch. Gut. Jetzt haben wir weiter Schiffetage. Jetzt haben wir noch eine Etage. Schauen wir da noch rein. Mir ist nämlich schon zu kalt. Aber da schauen wir jetzt noch rein. Da sind wir eh fertig. Ein kleiner Vogel. Da müssen wir wieder Energie schieben. Also Lichthülle. Tut mir leid. Okay, die nächste Schäfetage. Da stehen noch die Möbel drinnen. Die Kästen. Die sind leer. Die Möbel. Für einen hohen Besuch. Zum Ausdiskutieren der Preise. Da auch so ein Konferenzraum. Seminarraum. Was auch immer. Da ist schon der erste Geschäftspartner. Grüß Gott. Von wo reisen Sie an? Bilder. Da die Annahme. Ja. Das kann sein. Martin hat gerade vom Bundesherr so Rapportberichte gefunden. Ich mein, dass da vielleicht vom Bundesherr mal was eingelagert war. Was ist 2022? Voriges Jahr. Eigentlich voriges Jahr war das noch. Ja. 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 Alles Seminar. Ja. Das könnte sein. Das könnte sein. Seminarräume. Und Karten wieder. Ja. 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 Wahrscheinlich kommt es sonst nicht ein. Ich glaub wir hatten schon wieder mal Glück diesen Lost Place erkunden zu dürfen. Weil da nichts noch. Vandalismus. Nichts angeschmiert. Schaltzentrale. Und wir durften das sehen. Das passt ja auch gut an. Frei für den. Kein Durchgang. Ja. Keine Ahnung was da ist. Kein Durchgang. Ja. Kein Durchgang. Ah ja genau. Von der Kasten. Ja. Wie gesagt da. Glaub ich sind wir jetzt fertig oder? Machen wir die Verabschiedung. Haben wir noch eine? Okay. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich wenn ich da rauskomme. Oh. Oh. Hey da kannst du außen und die Stille runter, ne? Nicht? Ja. 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 Ich muss mit dem Liftwand. Ah ok. So Leute. Jetzt haben wir den Abschluss gleich gebraucht. Ich bin nicht froh, ich da rauskomme. Ehrlich gesagt war total spannend. Aber total spukier. Du hast erst genießt es und knackst überall. Dann bringt Indoor Wasser. Der Strom geht noch. Dann surzt da oben den Stromkasten. Dann liegen da Sachen rum von 2024. Ablauf da hat zum Beispiel das war jetzt richtig spooky. Aber ich hoffe euch hat es gefallen. Ja. Und über einen Like, einen Kommentar würde ich mich wieder freuen. Ein paar Sachen zu zensieren, weil das nicht entdeckt werden sollte. Weil da jetzt sich anscheinend lieber eine neue Firma einnistet. Aber ansonsten ist das Video sicher auch ein Problem. Ok, dann. Tschüss.